Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Enderle von der Firma Fido und ich möchte Ihnen heute die digitale Archivierungssoftware DocBox vorstellen. Die DocBox ermöglicht einem relativ einfach per Scannen am Multifunktionsdrucker oder am Kopierer. Ich lege meine Berege, Lieferscheine, Rechnungen, alles was ich normalerweise in Papierform archiviert habe, lege ich einfach auf den Kopierer, scanne es ein, schicke es an meine DocBox, die Archivierungssoftware, gehe dann an das Eingangsfach und archiviere dann. Schauen wir uns die Archivierung von beispielsweise drei Rechnungen einfach mal in der Praxis an. Ich habe mir hier meinen Scannen-Button für die DocBox, das ist jetzt bei uns die Demo-DocBox, und drücke Scannen. Das könnte ich mit beliebig vielen Rechnungen machen und so bin ich unglaublich viel schneller, wie wenn ich die ganzen Papierrechnungen manuell in meinen Lights-Auchern ablegen müsste. Dann gehen wir an unsere DocBox-Oberfläche. Die DocBox öffne ich über den Webbrowser. Ich habe sie allerdings bei mir lokal installiert. Es geht aber auch als Cloud-Installation, ist auch möglich. Meine Startseite, das ist das Archiv, was Sie hier sehen. Das heißt, im Archiv landen alle bereits archivierten Dokumente. Hier ist das Eingangsfach. Hier hätte ich Wiedervorlagen, die Möglichkeit mir Wiedervorlagen zu legen, beispielsweise wenn ich Rechnungen oder Belege noch einmal kontrollieren möchte. Wenn ich so arbeite, dann würden mir hier meine Wiedervorlagen angesehen. Ich habe hier die Möglichkeit über die Dropzone. Wenn ich auf dem Desktop ein paar Dokumente abgelegt habe, könnte ich über die Dropzone direkt sie hier reinziehen und per Drag & Drop archivieren. Ich habe die Möglichkeit mir Favoriten zu hinterlegen und Neuigkeiten werden mir eben auch angezeigt. Jetzt gehe ich in mein Eingangsfach. Hier, da wir jetzt in der Demo arbeiten, haben wir hier alle Beispielmitarbeiter angelegt. Normalerweise würde ich nur mein persönliches Eingangsfach sehen. Hier die Zahl in der Klammer dahinter sagt mir, dass in meinem persönlichen Eingangsfach vier neue Dokumente hinterlegt sind. Das ist dieser Scan-Vorgang von jetzt gerade. Es waren drei Dokumente. Hier kann ich auf das Luken-Glas-Lupen-Symbol relativ intuitiv und sehe, okay, das waren die Rechnungen, die ich gerade gescannt habe und fertig. Dann kann ich das noch mal visuell überprüfen, kann auch per Doppelklick draufklicken, mir das Dokument anschauen und sehe nochmal genau, okay, das waren diese Rechnungen. Ich habe die Möglichkeit, das zu vergrößern und hier könnte ich jetzt noch weiteres mit den Dokumenten machen. Beispielsweise, ich könnte sie wieder drucken, per E-Mail versenden oder downloaden, markierte Seiten drucken, Dokumente downloaden, Originaldateien einöffnen. Ich könnte hier, wenn ich die Zusatzmodule, das erkläre ich später, Stempel zum Beispiel mit aufsetzen oder eine Wiedervorlage für das Dokument legen. Außerdem kann ich hier noch Schlagwörter, wenn ich das benutze, könnte ich hier Schlagwörter verwenden. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel Probe Scanner eingeben. Dann finde ich das zusätzlich auch noch unter diesem Schlagwort wieder. Aber im besten Fall benutze ich die Verschlagwartung gar nicht. Alle Dokumente, die eingescannt werden, werden während dem Scan-Vorgang OCR indiziert. Das heißt, die Software geht über das komplette Dokument drüber, erkennt die Wörter und Buchstaben und liest das komplette Dokument aus. Das heißt, ich kann später, wenn ich wieder in der Doc-Box im Archiv etwas suche und ich weiß nur ungefähr, okay, das war eine Rechnung im Jahr so und so über das Produkt XY, dann suche ich das Produkt XY und kann so relativ schnell die Dokumente auch wiederfinden anhand von deren Inhalten, die ich dort auf dem Dokument habe. Genau. Wenn ich das Dokument jetzt hier anklicke, den ganzen Scan-Vorgang oder nur das einzelne Dokument, dann kann ich hier diese Seite archivieren. Und hier sehen wir jetzt die komplette, also die Archivstruktur. Hier ist hinzuzufügen, dass die komplette Archivstruktur frei definierbar ist. Das heißt, wir übernehmen oder Sie übernehmen entweder Ihre bestehende Struktur, die Sie auch auf den Windows-Ordnern wahrscheinlich verwenden oder die Sie vielleicht auch in Ihrem Papierarchiv verwenden. Meistens wird es ja nach Jahren sortiert und dann nach Abteilungen oder ähnlich. Das ist alles möglich. Es ist frei definierbar von dem her. Könnte ich jetzt sagen, das Dokument, dieses Dokument möchte ich zum Thema Vertrieb archivieren. Dann klicke ich es einfach an, öffne den Pfeil. Okay, das sind Rechnungen. Und hier hätte ich jetzt noch eine Möglichkeit, eine Unterstruktur anzuklicken. Wie tief diese Struktur geht, ist ebenfalls frei definierbar. Am einfachsten ist sie es, wenn die Struktur nicht ganz so tief geht. Genau. Und dann drücke ich nur Archivieren und schon bin ich fertig. Wenn man sich das Ganze vergleicht mit dem Ablagevorgang von Papierdokumenten, wie lange ich für Papierdokumente brauche, wenn ich so 200 Dokumente einmal alphabetisch im Leitsordner ablegen muss, ich muss sie lochen, ich muss sie einheften, ich muss sie vorher vorsortieren. Das alles entfällt. Ich lege einfach nur den kompletten Stapel auf meinen Multifunktionsdrucker und drücke Scannen und Archivieren. Gehe in das Eingangsfach, überprüfe noch einmal den Scanvorgang und archiviere die kompletten Rechnungen, meinen ganzen Stapel oder eben einfach. Alle Dokumente, die einmal archiviert werden, sind GOPD-konform, revisionssicher archiviert. Damit erfüllen sie alle Anforderungen an eine vom Finanzamt geforderte Archivierung. Dann schauen wir uns mal die Suche an. Ich habe jetzt gerade eine Rechnung gescannt. Das war eine Beispielrechnung. Schauen wir mal nach einem Brotherfax. Okay, ich möchte diese Rechnung von diesen Brotherfax haben. Dann gehe ich einfach in das Suchfeld. Hier oben gebe ich ein Brother und bekomme dann alle Rechnungen oder alle Dokumente, die das Wort Brother enthalten. Jetzt könnte ich einfach mal in das erste gehen, weil das zeitlich sortiert ist. Schauen wir die Vorschau an und erkenne, genau das war das Dokument, das ich gerade eben gescannt habe. Super. Dann könnte ich das Dokument jetzt wieder öffnen, drucken, wie auch immer und weiterverarbeiten. Zum Thema der Installation. Die Installation der Dokbox ist ganz einfach. Wir müssen dafür nicht vor Ort bei Ihnen sein. Das Ganze funktioniert remote. Das heißt, wir unterstützen Sie da dabei. Das Angebot ist folgendermaßen. Es gibt von jeder Dokbox eine 30-Tage-Testversion. Die können Sie sich auf der Webseite herunterladen oder wir helfen Ihnen bei der Installation. Dann können Sie 30 Tage einmal scannen, archivieren, mit der Dokbox arbeiten. Für kleine und mittelständische Unternehmen, sagen wir bis 10, 15 Lizenzen oder wo die Anforderungen einfach nicht so hoch sind, ist die Dokbox sehr, sehr produktiv und ein sehr einfaches digitales Archiv, was eben auch von allen Mitarbeitern sehr schnell verstanden wird. Ich habe keine Einarbeitungszeit. Die Dokbox ist einfach wie eine Suchmaschine für all meine Dokumente. So, ich hoffe, die Demo von der Dokbox-Archivierungssoftware hat Ihnen gefallen. Wenn Fragen sind, dürfen Sie uns gerne jederzeit anrufen. Wir haben die Möglichkeit, Ihnen Web-Demos zu machen oder wie gesagt, den angesprochenen Test. 30-Tage-Testversion ist kostenfrei. Dokbox hat sich bewährt. Wir haben ein paar Referenz-Videos auf unserer Webseite. Schauen Sie sich einfach die Referenz-Videos an. Wir haben noch weitere Lösungen im Portfolio und gerne zeigen wir Ihnen auch diese. Vielen Dank und auf Wiedersehen.